Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und die verlorene Zukunft. In der letzten Folge ist mir ein Lesefehler aufgetreten und zwar links vom braunen Buch, nicht links vom blauen Buch. Also nehmen wir das blaue Buch nochmal raus und setzen das braune Buch ganz links hin. Und jetzt gehen wir nochmal alles durch. Links vom braunen Buch befinden sich keine weiteren Bücher. Nur das blaue Buch berührt das braune. Also nehmen wir das lila raus und drehen das blaue mal ein Stück um und setzen das blaue mal anstelle des lilanen. So, das gelbe Buch steht links vom weißen, das stimmt. Das blaue Buch berührt das lilafarbene. Das weiße Buch steckt fest zwischen dem gelben und den lilafarbenen. Setzen wir das gelbe ein Stück weiter nach links, das weiße nach links und das lilafarbene stellen wir mal hier hinten hin. Und schon müsste es eigentlich stimmen. Das blaue Buch berührt das lila, neben dem braunen ist nichts mehr. Das weiße Buch steckt zwischen dem gelben und den lilanen. Versuchen wir es einfach mal so. Das ist richtig. Das Rätsel geht auf, wenn du das blaue Buch waagerecht über den anderen platzierst. Schöne Sache. Rätsel 83. Die Bücherbox ist im Rätselindex spielbar. Papier und Tinte sind nichts als materielle Dinge. Die Zeit lässt sich schon bald vergehen. Aber die Ideen und das Wissen, das ein Buch beinhaltet, sind ewige Natur. So weit es kein billiger Drei-Groschen-Roman ist, meine ich, äh, Hüstel. Strebe danach, so viele bedeutungsschwere Bücher wie möglich zu lesen. Was ist mit Sherlock Holmes? Sind diese Bücher bedeutungsschwer? Oh, absolut. Man könnte sich als das Philet Mignon der Seelen-Nagel bezeichnen. Juhu! Okay, gehen wir hier raus. Haben wir vielleicht noch irgendwo anders Rätsel vergessen. Und zwar ein Stück weiter hinten. Sagt sie uns noch was? Okay, nein. Was ist mit ihr? Maggie? Nein, sie sagt uns nichts Neues. Gut. Wir können ja mal zu Lola Enigma gehen. Die verlorenen kleinen Rätsellein würden so, würden euch so gerne sehen. Sie warten in der Hütte auf euch. Ja. Und es gibt keine Rätsel. Also werde ich wohl keines vergessen haben. Lasst uns zurückgehen. Noch jedenfalls nicht. Gibt's hier noch was? Hier muss es noch was geben. Der Eingang zu Chinatown. Der Forscher steht immer noch da. Guten Tag, Herr Professor. Diesmal habe ich Sie kommen sehen. Ich bin gar nicht erschrocken. Okay. Nichts Neues. Hey, er steht wieder da. Hey da, ihr Hübschen. Seid ihr auf eurer Suche fündig geworden? Nein, leider hatten wir noch kein Glück. Aber ich bin sicher, dass wir ihn im Pagodenturm stellen werden. Ihr lauft geradewegs in die Hölle des Löwen. Solcher Mut bekommt einen im Chinatown schlecht. Wenn ihr ihr mal in der Klemme steckt, kommt einfach zu mir. Ich helfe euch, wenn Not am Mann ist. Sie schließen wohl nicht gerade Wetten auf unseren Erfolg ab, stimmt's? Aber, 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 Junge. Du weißt doch, wie es heißt. Sicher ist sicher. Und vor allem gesünder. Gesünder? Also glauben sie doch, dass es uns an den Kragen geht. Äh, hm. Weißt du, Kleiner? Was würdest du zu einem schönen Rätselchen sagen? Rätsel 82 Mehldosen. 30 Pikarat wert. Du hast beschlossen, etwas Korn zu malen. Das Mehl wird dann in einem dichten Behältnis untergebracht, um möglichst... Pardon. ...zukünftigen Engpässen vorzubeugen. Du hast drei verschiedene Eckige... Was? Verschiedene? Eckige Blechdosen. ...im Küchenregal stehen. Welche Datei bildet am meisten Stauraum für Mehl? Am meisten Stauraum. Na, A. Schaut euch mal die Kiste A an. Wenn man die rumdreht, ist der Deckel... Hier geht's bloß bis zur Mitte. Das ist eine kleinere Kiste als A, also wird A die richtige sein. Juhu! Puh, da bin ich aber erleichtert. Ja, ich auch. Absolut richtig. Wenn du die Dose auf A auf den Kopf stellst, passt eindeutig am meisten Mehl hinein. Rätsel 82 Mehl-Dosen ist im Rätselindex spielbar. Nun, da das erledigt wäre, wollt ihr sicher zum Bagotenturm aufbrechen, stimmt's? Passt aber rauf euch auf, ja? Okay, wir schauen mal kurz in den Rätselindex rein, wie viele Rätsel wir verpasst haben. Bis zur 10 haben wir alle, bis zur 20 haben wir alle, bis zur 30 haben wir auch alle, bis zur 40 auch, bis zur 50, bis zur 60, bis zur 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das haben wir. Bis zur 89. Bis zur 89 haben wir alle. Wir gehen mal zum Bagotenturm, mal sehen, was für ein Rätsel uns dort erwartet. Und wenn das weiter ist als die 100, dann, oder 90, dann müssen wir nochmal ein Stück zurückgehen. Aber Lori hat in die Mitte gezeigt. Eine Hinweismünze, yay! Die Eingangstür scheint fallenfrei zu sein. Oh je, mir wird ja ganz schwindelig, wenn ich hochschaue. Das Verbrecher, ein solch feines Auge für Dekor haben? Die Architektur trägt viel zum Charakter dieses Gebäudes bei. Okay, dann wollen wir wohl mal reingehen. Fest verschlossen. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Sieh mal an, die Augen dieses Drachen scheinen der Schlüssel zum Tor zu sein. Zu diesem Tor zu sein, genau. Das klingt nach einem Rätsel, Professor. Ich erledige das. Das Tor haben wir in Nu auf. Rätsel 90 Die Drachenaugen, 50 Pikarat Wert Zeit für eine kleine Geometrie-Lektion. Einen Körper, der aus zwölf Fünfecken besteht, nennt man Do-De-Ka-Eder. Wie du hier siehst, zählen auch unsere Drachenaugen zu diesen faszinierenden Objekten. Eines der Augen ist bereits zusammengesetzt und das andere musst du dich kümmern. Welcher der ausgefalteten Do-De-Ka-Eder bildet beim Zusammenfalten ein exakt identisches Auge mit A, B oder C? Das ist leer, das ist zusammen. Also C schon mal nicht, weil dann müsste es hier weitergehen. B B auch nicht, weil dann müsste dieses Teil an dem hier anliegen. Dann passt das auch nicht. Also kann es ja nur noch A sein, Ausschlussverfahren. Müsste A sein. Juhu! Richtig. Und wir haben 3033 Pickerad. Yay! Gut gemacht. Die richtige Antwort lautet A. Ein kurzes Aufleuchten der Drachenaugen zeigt dir, dass der Weg frei ist. Rätsel Nummer 90. Die Drachenaugen ist im Rätselindex spielbar. Sesam, öffne dich! Vortreffliche Leistung, mein Junge. Genug der Lorbeeren. Los, treten wir ein! Sollen wir eintreten? Nein, ich glaube, ich mache hier eine kleine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. See you later, Leute!